so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die primacy effekt von pyro land er zuerst muss ich euch mal das vorlesen taiwanische geld blinker weit mit komet aufstieg und sternenzentrum in tiefen blau untermahl von goldenen brokatzäulen okay ja ihr wisst jetzt ungefähr was der effekt ist wenn nicht hier könnt ihr es noch mal sehen die gibt es schon seit letztem jahr bei pyro land habe ja zum ersten mal richtig bestellt jetzt bei pyro land und da war die auch mit dabei weil diese dieses blau und diese beiden das das spricht mich so gut an und dann wieder dieses pyro land die sein ich könnte die tausend jahre lang angucken einfach nur obwohl es nur so egal jetzt gibt es auf jeden fall die primacy effekt von pyro land und ich wünsche euch ganz viel spaß damit leute ich würde euch das nicht voranhalten das geile eine kleine süße batterie wir sind immer noch mit richtig doch habe ich da aber weil ich glaube ich die nicht mal aufgemacht dieses video ist komplett strange leute es tut mir leid was ist hier los was geht hier ab was geht hier vor sich was spielt sich hier ab ne die wird schon halten jetzt sorry leute eine minute und noch nichts bezündet mann dieser dennis pyro primacy effekt ganz viel spaß was 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 w Oh, bestellt die Roland-Batakten, Mann! Kann das Gold vielleicht noch länger in der Luft stehen? Alter! Kaufempfehlung! Absolut! Hammer! Ich drück den Joint in den Waschbecken auf Meine Duggenau sind immer die gleiche Und lass mich kurz bei der Zahnstelle raus Und ich kauf mir wieder irgendeine Scheiße Und auf die Kette und die Oma zur Seite Such schon tausendmal dein Auto bis hin Aber im Wohnzimmer verstoffen die Preise